Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns mit Ranges beschäftigen. Ranges sind eine wundervolle Kleinigkeit, die in Kotlin eingefügt wurden und die einem das Leben wirklich sehr, sehr viel leichter machen. Das heißt, ihr habt häufiger mal den Fall, dass ihr eine gewisse Range habt, durch die ihr durchiterieren wollt. Das heißt, ihr wollt zum Beispiel eine Schleife genau 20 Mal ausführen und ihr wollt genau das haben und nicht irgendwas anderes. Und was ihr dann macht, ist, ihr sagt nicht einfach for i oder ihr müsst nicht unbedingt eine while Schleife schreiben, also mit while i, das ist die lange Schreibweise davon, gleich 20, while i größer 0. So, das wäre die c Schreibweise, i gleich i minus 1. Und dann hier irgendwas reinpacken, wie zum Beispiel print hello, hello there. So, das heißt, ihr werdet hier 20 Mal hello there ausgeben, ohne eine neue Zeile. Wupsala. Und ja, das ist ein bisschen nervig, das will man eigentlich vermeiden, weil es sehr viel Overhead ist für den Programmierer. Es ist halt einfach was, was man so oft macht und das ist sehr, sehr nervig, wenn man das wirklich so hinschreiben muss. Deswegen hat sich Kotlin gedacht, hey, lasst uns doch mal das Ganze in eine Vorschleife packen und zwar in eine angenehme Art und Weise. Also, und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann sagen, for i in, und jetzt kann ich sagen, von 0 bis 20 bitte, gib mir mal mein i aus. Ah, Quatsch. Und ich will, ich muss nicht mal war vorne dran schreiben, das war gerade einfach nur mein Gehirn, das immer noch von der while Schleife her kam. Ähm, ich muss einfach nur schreiben, i von 0 bis 20 und schon habe ich sowohl die 0, Achtung, als auch die 20 sind jeweils inklusive, ja. Also, wenn ihr nur bis, wenn ihr nur insgesamt 20 Durchläufer haben wollt, dann müsst ihr hier nur bis 19 gehen, denn die 0 und die 19 sind ja beide dabei, okay. Also, das ist ein wichtiger Punkt, den man vielleicht mitnehmen muss. Und das wird einfach beschrieben durch diese zwei Punkte, das heißt, es wird hier eine Folge sozusagen erstellt für euch, von 0 bis 19 einfach 1 hochgezählt. Ihr könnt ja auch wirklich sagen, von 42 bis 19, völlig egal, das macht Kotlin dann alles für euch, wobei in dem Fall 42 bis 19 funktioniert leider nicht so richtig, ähm, weil wir hier sagen, ähm, 42 bis 44, dann funktioniert das Ganze wieder. Ähm, das heißt, wir zählen damit quasi hoch, nicht runter, das ist ein wichtiger Unterschied. Wenn wir runterzählen wollen, von 42 bis 19, dann müssen wir ein kleines bisschen was anderes machen, und zwar müssen wir dann down to verwenden. Down to, mach das weg, ähm, bis 19 haben wir gesagt, und dann können wir hier quasi runterzählen, also von 42 runter bis 19, auch beide inklusive. So, eine weitere kleine spezielle Fähigkeit, die Kotlin uns da noch zur Verfügung stellt, ist, wir können angeben, ähm, wie groß die Schrittweite sein soll. Das heißt, wollen wir wirklich jede einzelne Zahl da reinbekommen, und das können wir mit Step angeben, das heißt, wir sagen Step zum Beispiel 3. Das heißt, wir überspringen zwei Zahlen, und dann nehmen wir wieder eine, das heißt, wir sagen hier nur 42, dann wieder 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, und dann sind wir schon unter 19, weil 21 minus 3 wäre kleiner als 19, also sind wir hier quasi fertig, und geben 19, beziehungsweise die Zahl unten drunter 18, geben wir dann nicht mehr aus. Cool. Das heißt, so könnt ihr eure Vorschleifen relativ komfortabel, ähm, zusammenfassen in eine, naja, sehr angenehme Art und Weise, sag ich jetzt mal. Ja, und ich schreibe das mal hier noch hin, damit ihr das nachher auch wieder zur Verfügung habt. 4i in 0 bis 20, Printline i. So, und ja, das sind die beiden Arten, wie man das Ganze schreiben kann. Ähm, sehr, sehr angenehm, meiner Meinung nach, wie gesagt, es ist halt sehr komfortabel für den Programmierer, auch weil er dann vieles nicht mehr schreiben muss. Und ja, ich glaube, ihr könnt das gut gebrauchen, ich würde mir das auf jeden Fall notieren oder merken, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.